Der Erwin hat eine Impffrage gestellt. Direktion Erkundgebung für unsere Kinder gegen einen Impfzwang, gegen einen Testzwang und Schule für alle ist das Motto. Wahrscheinlich, wenn so viel wie möglich von euch kommt. Wo ist das? Vorderbildungsdirektion, Mozartplatz. Und 15 bis 17 Uhr. Mittwoch, ja genau. Mit Kinder unbedingt. Es sind Krapfen organisiert. Daniela organisiert Krapfen. Dann schauen wir, dass wir noch eventuell Luftballons und so Geschichten kriegen, damit die Kinder ein bisschen erfreut haben. Ist eh auch schon mit. Wo kann man da noch massiert sein? Sicher. Man zu Februar. Ja, genau. Sein letzten März ist was. Ich druck morgen noch ein paar Flyer aus und kann es noch ein bisschen in der Stadt verteilen. Ich werde es probieren, wenn ich das schaffe. So ist es. Dankeschön. Nächstes Mal sehen wir wieder, gell? Ja. Mein Mann. Oh, mein Mann. Und in der Stadt. Mein Mann. Oh, mein Mann. Da, bitte. Da, bitte. Alles Gute. Das ist deine Tendertal. Ich bin zu der Tatat. Ich bin zu dem... Ich bin zu der Tatat. Ich bin zu der Tatat. Aber das ist der Tatat. Ich bin zu der Tatat. Ich bin zu dem Tatat. Und das sind dann hier. Ich bin zu der Tatat der Tatat. Ich bin zu dem Tatat.